herzlich willkommen zu meinem erklärvideo aus der reihe geschichte kurz und einfach erklärt heute geht es um das kapitel von religiösen erneuerungsversuchen kirchenspaltung bis zum 30 jährigen krieg im zusammenhang mit dem thema neuzeit wie immer findest du in der video beschreibung hinweise wurde den text bzw das skriptum zum video und übungsmaterialien finden kannst damit das video auch anhalten neu starten oder zurückspulen kannst wirst du ganz nach deinem eigenen tempo die inhalte sicher gut verstehen können von religiösen erneuerungsversuchen kirchenspaltung bis zum 30 jährigen krieg im laufe des mittelalters wurden immer wieder veränderungen der lehre also der ansichten und vorgaben also die vorschriften katholischen kirche gefordert für den englern john wickliff stellte im 14 jahrhundert ausschließlich nur die bibel also die heilige schrift die grundlage des christlichen glaubens und nicht die lehrern vorgaben der katholischen kirche da damit die inhalte der bibel seinen landsleuten leichter zugänglich wurden sammelte er bisherige bibelübersetzungen aus dem lateinischen das englische und vervollständigte diese mit dieser sichtweise geriet john wickliff in gegnerschaft zur katholischen kirche und dem englischen könig die ihn und seine lehrer bekämpften zahlreiche bauern und einwohner londons die unter den hohen abgaben also den steuern litten und deshalb sogar aufstände gegen die obrigkeit wagten schlossen sich den lehren wickliffs an da sie ihn unter anderem als gegner des königs erkannten jahrzehnte nachdem wickliff von einem schlaganfall gestorben war wurden als rache für seine ansichten die gebeine wickliffs ausgegraben und verbrannt der tscheche jan hus vertrat an der wende zum 15 jahrhundert ähnliche ansichten ansichten wie bereits schon wickliff und übersetzte mit anderen gleichgesinnten die bibel in das tschechische jan hus lebt in böhmen das gebiet des heutigen tschechiens und böhmen gehörte damals zum heiligen römischen reich und an dessen spitze stand der deutsche könig in böhmen lebten damals vor allem tschechisch und deutschsprachige menschen jan hus geriet mit seinen ansicht in gegenschaft zur katholischen kirche und dem deutschen könig als jan hus während eines konzils und konzil ist eben die versammlung der höchsten kirchenvertreter wie den papst kardinellen bischöfen als jan hus während eines konzils nämlich dem konzil von konstanz am bodensee 1414 bis 1418 zu tode verurteilt wurde und auf einem scheithaufen verbrannt wurde kam es in den folgenden jahrzehnten zum sogenannten ersten prager fenstersturz und damit dem anfang der sogenannten hussitenkriege die hussitenkriege dauerten von 1419 bis 1436 jan hus war hingerichtet worden obwohl ihm wohl ihm vor seiner reise von böhmen nach konstanz vom kaiser eine sichere hin und rückreise ein sogenanntes freies geleit versprochen worden war die verhaftung und hinrichtung von jan hus stellte für seine anhänger anhängerinnen in böhmen die hussiten eine provokation dar und löste proteste aus ursachen der hussitenkriege waren neben unterschiedlichen religiösen ansichten auch der versuch von tschechen nationale ziele gegen die in böhmen lebenden deutsche gewaltsam durchzusetzen bis zu ihrer endgültigen niederlage verwüsteten und blinderten die hussiten zahlreiche gebiete auch der lachbarländer wie zum beispiel oberösterreich niederösterreich bayern sachsen und schlesien und ermordeten zahlreiche menschen martin luther veröffentlichte in der ersten hälfte des 16 jahrhunderts im jahr 1517 in wittenberg seine 95 thesen in denen er den papst und die katholische kirche kritisierte luther kritisierte insbesondere den damals verbreiteten ablasshandel als die bezahlung für die vergebung von sünden durch gläubige die dadurch hofften nach dem tod wegen ihrer vergehen nicht in die hölle kommen zu müssen die auseinandersetzungen zwischen luther und dem papst führten letztlich zur abspaltung der evangelischen kirche auch protestantische kirche genannt von der katholischen kirche es kam zur kirchenspaltung die reformation der versuch der ausbreitung des evangelischen verständnisses des christentums wird für den zeitraum von der veröffentlichung der 95 thesen durch luther in der ersten hälfte des 16 jahrhunderts also 1517 bis zum ende des dreißigjährigen krieges im jahre 1648 angegeben in den 1520 jahren von 1524 bis 1526 kam es in mehreren gebieten mitteleuropas zu aufständen der aufgrund zahlreicher missernten zwang zur frohen arbeit und der zu hohen abgaben verarmten landbevölkerung gegen die unterdrückung den adel und die hohe geistlichkeit wie zum beispiel der bischöfe man spricht von den sogenannten bauernkriegen luther der anfangs die forderungen der bauern unterstützt hatte rief später die fürsten zu blutigen niederschlagung der aufstände auf mit dem augsburger religionsfrieden kam es in der mitte des 16 jahrhunderts 1555 zu einem vorläufigen ausgleich zwischen protestantischen und katholischen fürsten des heiligen römischen reichs die fürsten der einzelnen teile des reiches konnten mitbestimmen ob ihre untertanen katholisch oder protestantisch sein mussten es galt der grundsatz wessen gebiet dessen religion lateinisch kris regio eos religio unter der gegen reformation verstand man den versuch der katholischen kirche und fürsten die katholische auffassung des christlichen glaubens zu verbreiten für die gegen reformation wie der zeitraum zwischen der mitte des 16 und des 18 jahrhunderts angegeben der im 16 von ignatius von loyola gegründete jesuiten orden trug unter anderem durch die tätigkeit seiner mitglieder als berater der fürsten lehrer an schulen und universitäten und das priester wesentlich zur erneuerung der katholischen kirche bei im 16 und 17 jahrhundert kommt es in evangelischen und katholischen gebieten zu einem höhepunkt der hexen und hexerverfolgung bei der nach schätzungen ungefähr 50.000 menschen getötet werden 1750 wird die letzte frau auf dem gebiet des heutigen österreich als hexe hingerichtet mit dem sogenannten zweiten prager fenstersturz ihm zum heiligen römischen reich gehörenden böhmen also das gebiet des heutigen tschechien kam es 1618 zum beginn des sogenannten 30 jährigen krieges und er dauert er von 1618 bis 1648 in münster und osnobrück wurden 1648 die sogenannten verträge des westfälischen friedlichen friedens unterschrieben die den 30 jährigen krieg beendeten da viele protestantische das bündnis lautet dann oder wird als protestantische union bezeichnet und katholische fürst und deren bündnis wie das katholische liga bezeichnet gegeneinander kämpften wurde der 30 jährige krieg früher auch als religionskrieg bezeichnet tatsächlich ging es den meisten fürsten um die erweiterung der eigenen macht und herrschaftsgebiete dies galt auch für die herrschafts nachbarstaaten wie zum beispiel frankreich und schweden die einerseits einzelne deutsche fürsten unabhängig von deren glauben unterstützten und andererseits selbst in die kämpfe eingriffen auf beiden seiten kämpften bezahlte soldaten sogenannte söldner unabhängig davon ob sie dem katholischen oder evangelischen glauben angehörten entscheidend war die höhe des solz der vorstellung der krieg ernährt den krieg folgend beuteten die söldner die unbewaffneten menschen also die zivilbevölkerung der oberten gebiet brutal aus und möglichst viel beute machen und den gegner schwächen zu können der 30 jährige krieg hatte insbesondere für deutschland erhebliche auswirkungen war deutschland weiterhin aus selbstständigen einzelstaaten wie bayern preuß und österreich bestand wurde es kein starker nationalstaat wie es in frankreich und england schon länger der fall war vielen dank für deine aufmerksamkeit im nächsten video geht es dann um das thema die zeit des absolutismus und das königliche streben nach absoluter macht